Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von SimSutmin 2 in Fallout 4, Survival-Modus. In dem letzten Part sind wir erfolgreich Pranger gestorben. Das werden wir natürlich jetzt wiederholen. Zum Beispiel. Ja, jetzt kommen da Guhle. Da kommt die. Du bist einfach weglaufen! Apropos, hier. Habe ich was für euch. Noch eine, hier. Ah, fangt. 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 Rutschig weg. da drüben die magen greifen da drüben die Anton ist tot? Ich grabte Anton. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Bleibt der jetzt tot oder wie oder was? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, weil es auf Englisch ist, was das ist. Kabel, hier ist Pipe Branch. Okay, danke. Tatsache. Ähm, ja, Anton ist tot. Hm. Dogmeat. Dürfte eigentlich auch nicht sein, oder? Ist ja mein Questgeber. Dürfte wirklich nicht sein. Da haben die eine Matratze. Hallo? Ich will da halt wieder. Radix. Wir haben Durst, ich weiß. Was? Überall im Humball an. Ich werde jetzt hier mir mal was hinschmeißen. Wir haben beide. Oh, Gott. Jetzt haben wir die Wurst. Hier platzieren. Speichern. So. Was lustig ist, er ist jetzt natürlich nicht mehr dabei. Aber Master. Ist er nicht da? Ich hab die Richtung verloren. Überall dieses Rumgeballer. Mann, ey. Scheiße, was war das? Ach, du mich auch. Was war das? Kann mal jemand die Frau erschießen? Muss ich alles selber machen? Falsch. Ah, jetzt geh ich aber hoch. Danke. Schau mal an. Ich bräuch mir die Beine. Ich bräuch mir das hier. Nein. Ich bräuch die Karte. Danke. Einfach geradeaus. Ich kam nicht zurück. Ach, super Muttern. Muss auch da durch. Ja. Fang. Wir hätten sich lieber verziehen sollen. Du willst tanzen? Go, tanzen wir! Noch mehr. Du Dasein, du Dasein! Du Dasein. Ich nicht mehr Dasein. So hier ist das blöde Hotel. Man bleibt heute aber auch nicht zerspart hier. Okay, weiter geht's. So noch nicht. Karte noch mal. Nein, Karte. Ja? Oh, du Dasein. Ich bin sehr gut. So. da drüben trifft doch mal was schießt eigentlich bei ich habe dir doch kann sich das nehmen schießen wiederum wollte ich nicht da kannst du wieder haben hat sie nichts vernünftiges ich habe aber nicht so viel schrot ihre ist so ist eine besser als meine ja ja die die Bitte usse sie aus. Hm? So. Ist los. Wir sind hier nicht allein. Noch immer in einem Stück. Hast du einen Kopf noch? Ja, tut mir leid. Wir sind hier nicht allein. Wir sind hier nicht allein. Wir sind hier nicht allein. Okay. Okay. Versteckt. Wo? Wo ist Lady Bird? Hab ich den Hund erschossen? Was? 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 WAS Was? Was? Nee, ich bin doch da! So, gehen wir mal rein. Aber der Bruder ist nicht mehr dabei. Ich glaube, der Bruder ist tot. Aber pssst, muss ja nicht wissen. Wir sind da, um sie zu befreien. Er ist daher tot. Was soll ich machen? Oh, gut erhalten. Ah, da ist ein Aufzug. Warum das auch immer in Schott landet? Keine Ahnung. Okay. Köfferchen. Hoppala. Na. So. Wie schön. Clean Black Suite. Haarklammer. So, ich brauch's nicht. Willis, du kommst mit. Wadduck mit. So. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. So. Das wäre es. Hallo? Habt ihr zufällig ein Bett hier, Madame? So, so, ich verstehe. Die nehm ich mir. Was hat es denn gut im Kulüschrank? Ja, ich bin am Schleichen. Ich hab Angst. Was uns noch erwartet. Gut, weiter geht's. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Pompadour weg. Ach so. Ich mein's locker. Okay. Okay. Hm. Ich lass das mal. Okay. Und Bücher. Und ein Bett. Die mussten ja scheinbar wirklich alles aufheben. Oh. Verbranntes Buch genommen. Aber es trifft sich gut. Ist nämlich müde. Dann kann ich den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentartipps und Tricks immer. Würde mich sehr drüber freuen. Und ja. Im nächsten Part treffen wir dann Anton seine Schwester ohne Anton. Weil der halt, äh, ich denke mal unterwegs gestorben ist. Er ist gestorben. Eigentlich dürfte das ja nicht passieren, ne. Weil er ja ein Quest-Gegenstand ist. War doch mit. Ja. Aber ja. Pech gehabt. Also. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.